Ja, hallo zusammen. Wir besuchen jetzt hier den alten Bauernhof. Hier sieht man die Scheune. Sie ist schon recht runtergekommen. Schaut mal hier, da haben wir eine Toilette. Sieht auch klasse aus. Also ich hoffe mal, dass da mal ein Vorhang war oder vielleicht irgendwas, weil ein bisschen Privatsphäre, wenn man mal auf Toilette wäre, ist ja nicht schlecht, aber gut. Ja, schaut hier. Alte Waschmaschine von der Firma Blomberg, die WA 500. Sagt mir jetzt nichts. Böker Deluxe. Das wird, glaube ich, ein kleiner Ofen sein. Ah, hier haben wir eine Zeitung, die Rheinische Post. Kein Fernsehduell der Kanzlerbewerber. Aha, okay. Die ist vom Freitag, den 1. September 1976. Hat damals 50 Pfennig gekostet. Interessant. Das ist gar nicht, was die Rheinische Post heutzutage kostet. Hier, das sieht ja auch klasse aus, der Ofen. Original Dinsinger. Stücke Kohle und Brikett. Machen wir mal auf. Gucken wir mal rein. Ja, da hat man was gelagert, ne? Das Werkzeug hier. Schon recht verlassen da draus. Schon länger, ne? Hier hat man auch, guck mal hier. Hier hat man Kohle und die Briketts gesammelt, gelagert. Auch hier, ne? Hat der Mülleimer. Sieht aber auch klasse aus. Die Schuhe hier. Also, wenn man so schaut, sieht schon recht liebevoll eingerichtet aus, ne? Wenn man so in der Scheune schon so Sachen aufstellt. Gehen wir mal weiter. Ach, hier ist ein Brunnen, ne? Da hat man dann Wasser pumpen können, ne? Dann schön hier dran. Immer pumpen, pumpen, pumpen und dann kam Wasser raus und dann konnte man sich mit Wasser versorgen. Okay. Eine Sense hängt ja noch, ne? Ah, Sensenblatt ist schon recht rostig. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Okay, ja, das ist, ja, die Heizquelle von dem Gebäude, ja? Ein Ofen. Ein Kamin. Hier hat man dann, ja, geheizt und damit das ganze Gebäude wohl geheizt, ne? Weil ich glaube nicht, dass man hier irgendwo eine Heizungsanlage hat. Aber so ging das früher. Und wenn ich mir so ordentlich schaue, wie groß es ist, vielleicht hat man hier sogar auch, ja, geräuchert. Dass man hier eine kleine Räucherkammer hatte, ne? Und dass man dann diesen Ofen dann auch zum Räuchern benutzt hat. Ja, gehen wir erstmal hier lang. Oh, ja. Ah, das sieht auch klasse aus. Der Schrank. Ja? Weizenkleie. Ravioli. Ja, die Dose ist schon fast durch. Die ist unten schon weggerostet. Batex Kompakt. Ach, hier. Ja, da hat sich in dem Haus wohl ein kleines Nachtlager aufgebaut. Auch hier unten, guck mal da eben rein. Ja, auch eine ganze Menge an Dingen, die man dann in den Schranken, in den Schränken dann verpackt hat. Jetzt, wo man ja immer mal was braucht. Ein Kühlschrank von der Firma Bauknecht. Ja, auch hier die Kaffeemaschine. Da muss ich mal einen Kaffee kochen. Hä? Wo findet man denn noch so Regale? Sieht ja auch klasse aus. Also, ja, Küche dann hier, ne? Wir befinden uns hier in der Küche. Klein, aber fein. Da sieht man schon Eingemachtes. Ist oftmals die ältere Generation. Oh, wenn man jetzt hier, ne? Genau, wenn man jetzt hier reinschaut, sieht man da eine ganze Menge an Konserven. Konserven. Ist auch so ein Einmachgläsern. Und hat dann, wenn man was hatte, hat man das dann eingelegt für schlechtere Zeiten. Irgendwelche Früchte, irgendwelche Beeren. Schwer zu definieren, was das ist. Ich sehe da jetzt ein paar Bohnen, Gurken. Schaut mal da vorne. Ein paar Gurken. Hier sind Bohnen. Dort sind Erbsen. Irgendwelche Kirschen. Auch hier wieder Bohnen. Also eine ganze Menge, ne? Also, wenn man dann in der Not war oder man konnte nicht einkaufen, hatte vielleicht kein Geld, hatte man sich dann hier aus der Vorratskammer dann bedienen können. Und die Töpfel, die sind auch gut aus. Sie sind auch schön aus, wie sie dort aufgestellt sind. Hoppala. Guck mal hier. Auch alte Schuhe da. Fantastisch. Pinatencreme. Hier ist eine Bild-Zeitung. Aids-Gerücht. Pfeifers größte Gemeinheit gegenüber Engholm. Von wann ist die? Vom Freitag, den 23. Oktober 1987. Hat damals auch 50 Pfennig gekostet. Schaut euch mal hier die Cola-Dose an. Coca-Cola Light. Ist das der alte Verschluss noch, ne? Herrlich. Apfelsaft. Ach, hier auch wieder. Hier auch wieder so eine Küchenhexe, ne? Nennt man die, ne? So ein Ofen. Der ist jetzt von der Firma Küppersbusch. Stehen die Kessel noch drauf, noch Töpfel drauf. Das Ofenrohr. Und hier in dem Schrank, der sieht aber auch schön aus, ne? Ach, guck mal hier. Die Gläser, ne? Herrlich, das sieht richtig toll aus. Die Lampe, ne? Die hängt noch. Oh, der Fliegensänger, der hängt leider auch noch. Und an dem Fliegensänger hängen dann auch noch, ja, tote Fliegen. Wie fotografiere ich mein Kind? Ein Buch von Ota Richter und Franz Prangerl. Wir werden jetzt gleich auch ein paar Fotos hiervon machen, ne? Die zeigen wir dann auf Facebook und auf Instagram. Aha, okay, ein Foto oder ein Bild von Jesus. Ja, wie gute Eierlikör. Eine Firma Advokat. Deutsches Erzeugnis. Ja, okay. Ob der jetzt noch so genießbar ist? Ich glaube, wenn man den trinkt, das haut ganz schön rein. Märchenschatz. Der Gebrüder Krim. Frau mit Herz. Heinz Rühmann. Ein Hellseher trommelt nachts an seiner Tür. Königin Silvia hat die Operation. War völlig überflüssig. Okay. Welche Operation war es? Ich weiß es nicht. Aber auch die Tapete, ne? Schaut mal. Ich hoffe, man kann es noch kennen. Mit kleinen Blättchen. Sieht gut aus. Ja, dieser Schrank ist echt toll. Überall so kleine Bilder. Und hier, ne? Nicht vergessen. Löwe Obda. Altes Radio. Altes Röhrenradio. Sowas findet man heutzutage auch sehr, sehr selten. Kleiner Wandschrank. Gut. Eine ganze Menge Zeitschriften. Da hinten sehe ich die Tina. Einer Mark 20 hat das große Datum. Kann ich jetzt von hier nicht erkennen. Und da hinten ist eine Uhr. Ich sehe da, was sehe ich da? Ein Pikulöchen, ne? Was zum Trinken. Wenn man mal so die gewisse Bettschwerke erlangen möchte, konnte man sich da ein Pikulöchen reinziehen. Mal oben. Bisschen Deko. Auch hier. Es ist recht liebevoll eingerichtet, ne? Gehen wir mal hier weiter. Auch hier mit dem Kessel. Das sieht gut aus. Einkauf aktuell. Von 2010. Okay. Brand. Markenzwiebel. Den gibt es ja heute auch noch. Kaffeemühle. Da konnte man sich die Bohnen mahlen. Und mal hier in die Tür ein bisschen zur Seite. Das sieht doch auch klasse aus. Ja. Ich finde sowas immer super. Ja. So ein kleines Regal. Und noch schöne Dosen drauf. Reis, Zucker und Nudeln. Und oben. Ja. So eine Dose oder ein Gefäß mit Äpfeln drauf gemalt. Und wenn ich mache dann mal die Tür noch mal so ein bisschen hier zu. Ah. Das hat doch was, ne? Das hat doch auch was. Da werden wir gleich schöne Fotos von machen. Wenn man sich mal so die Scheibe dort anguckt, könnte man fast das Gefühl haben, man wäre irgendwie in so einer Kirche oder so einer Kapelle. Und hier. Das gute Karlskrone Premium Pilsener. Ja. Ja. Auch hier wieder eine ganze Menge Dinge, die man dann gelagert hat. Kim. Gibt es diese Zigarettenmark überhaupt noch? Ja. 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 Vorne ein Kreuz an der Wand, ein Zeichenblock. Guck mal, was in der Kiste drin ist. Ja, da hat man die Winterwäsche vielleicht reingetan und dann hat man es verstaut. Und wenn dann der Winter wieder kam, dann hat man die Sachen rausgeholt. Dann kam die Sommerwäsche da rein. Und jetzt schauen wir mal, ob uns jemand eine Zeichnung da gelassen hat, ob jemand was gezeichnet hat. Da schauen wir jetzt mal. Ja, so sieht aus wie ein Blatt mit Wasserfarbe auf der einen Seite dann so ein bisschen bekleckert und dann hat man das so zusammengefaltet, dass man dann dieses Bild dann herstellt. Auch hier, toll, die ganzen Spinnenweben. Ich hoffe, man kann es erkennen. Da sind auch eine ganze Menge Spinnen, die sich dort irgendwann mal wohlgefühlt haben. Einige sind, ja, hängen noch da. Die haben, ja, ist alles nicht so überlebt, weil dann wahrscheinlich keine Fliegen mehr hier waren. Und der Rest ist ausgewandert. Hier unten Langspielplatten. Das alte Försterhaus. Jetzt haben wir noch das Lied der Heimat. Mein Vaterhaus im grünen Tal. Gehen wir mal hier weiter. Ja, so ein Friseurkittel. In einer recht grellen Farbe, in so einem Pink. Ja, auch hier wieder so ein Ofen, dass man dann die hinteren Räume dann auch ein bisschen heizen konnte. Ein Karton mit Tritts steht da drauf. Sind diese Erdnüsse mit dem Schokoladenüberzug. Alter Schrank. Na gut, hier ist alles alt, ne? Ein paar Medikamente, Lefax, Venostane, hast du nicht gesehen. Ich kann es nicht mehr lesen, weil die Verpackung ein bisschen kaputt ist. Auch hier, das sieht aber auch gut aus mit diesen, na, wo man dann Mehl und Zucker rein machen konnte. Ah, ganzen Spinnenwehen, das sieht auch gut aus. Da ist nichts mehr drin. Schauen wir hier auch noch mal rein. Aber auch hier, seht auch doch da oben, ist ein kleiner Teller drin. Auch hier wieder eine ganze Menge Zeitungen. Früher hat man halt die Zeitung nicht weggeschmissen. Man hat sie verwahrt. Man konnte damit irgendwie heizen. Und hier auch wieder eine rheinische Post. Die ist von 23. Dezember 1978. Scheel, die Familie muss Vorrang haben. Das ist doch ein gutes Zeichen. USA, kein neuer Nahostgipfel. Und jetzt hier unten, Porsche kündigt Kurzarbeit an. Das war also im Jahr 1978 Thema der rheinischen Post im Dezember. Aus dem Gelderland. Zeitschrift aus der Region hier. So ein Sack mit Weißkalkhydrat. Keine Ahnung, wofür Weißkalkhydrat notwendig ist. Aber wer ist weiß? Ach, zum Verputzen wahrscheinlich. Ach, hier steht Mörtelgruppe 1, Mörtelgruppe 2. Gehen wir hier wieder zurück. Gehen wir jetzt gleich mal hier Treppe hoch. Und auch hier die alten Mäntel wieder. Und herrlich mit der Tür. Ich mache die noch mal von der anderen Seite. Da muss ich noch mal schnell an. Beim Ganzen so. Ach, fantastisch. Das sieht euch klasse aus. Eigentlich wie in einer Kirche oder Kapelle. Dann gehen wir mal weiter. Der Steil, die Treppe. Hier hatte man ein kleines Regal. Da konnte man was draufstellen. Treppe ist steil. Aber wenn ich mir das so anhöre und anschaue, ist die recht stabil. Hier Bilder von zwei Mädchen, die am Beten sind. Hier ist Jesus, der zu einer Gruppe spricht. Ja genau, hier ist die Scheune, die wir uns eben angeschaut haben, weil wir mal reingekommen sind. Und ich will jetzt nicht ganz so weit reingehen, weil ich habe gerade einen Schritt hier gemacht. Und es war schon recht locker. Da will ich auch jetzt nichts riskieren. Ich schwenke nochmal hier so rüber. Kann man sich das so ein bisschen anschauen. Dann geht es weiter. Elektrokasten. Ich mache den jetzt mal auf. Natürlich fließt hier kein Strom mehr. Der Zähler ist bei 5,7 oder 57 Kilowattstunde stehen geblieben. Also nicht viel Leistung verbracht. Kleiner Abstellraum. Auch wieder hier. Wieder Konserve eine ganze Menge. In der Not hat man das dann angelegt. Aber besser nicht in der Not, sondern vorher, wo man was hatte. Und dann für die Not. Und wenn er schaut, das sind Spekulatius, also Kekse. Man hat da Kekse eingelegt in diese Einmachgläser. Für schlechte Zeiten. Amtliches Fernsprechbuch 75, 76, von 72, 73. Hier sind noch weitere. Hier ist noch eins von 74 und 75. Also schon recht lang her. Kleines Räumchen. Vielleicht auch so ein Abstellraum. Dass man es damals dafür benutzt hat, dass man so Sachen gelagert hat hier. Kartons. Wie ihr seht, sind da noch ein paar Kartonsdinger noch herum. Was ist das denn so kleine Sägen, ne? So Laubsägen sind das. Interessant. Auch wenn er so schaut, die Schalter. Alles noch alte Schalter und eine Menge Spinnenwehe. Gehen wir mal hier. Uiuiui. Hier ist die ganze Decke hier voll Spinnenwehe. Ich hoffe, man kann das jetzt mit dieser Beleuchtung der Kamera sehen. Ich schwenke jetzt mal. Und wenn ich jetzt mal hier so reinrieche. Hier riecht es so ein bisschen aus. Also riecht so ein bisschen aus, als ob ihr jemand, ja, ein Geschäft verrichtet hat. Das riecht zumindest irgendwie danach. Auch da hinten, ne? Eine ganze Menge Nudeln eingelegt. Also in diesen Boxen drin. Töpfe, Schrank, ne? Versperrt. Spinnenwehen, versperrt den Zugang. Auch hier eine ganze Menge Spinnenwehen. Das zeigt, dass hier auch schon eine ganze Zeit nicht mehr viel los war, dass die Bewohner, die hier mal gelebt haben, diesen Ort irgendwann mal verlassen haben. Wir hatten ja da eben, gab das, war das von 2010, glaube ich, oder? Aber ja, ich meine eher, dass es was mit der Tür zu tun hat. Wir hatten ja an der Tür, hat man ja da, ähm, die Zahlen gehabt und also ich vermute mal, dass die, ähm, dass das so ungefähr in dem Jahr hinhauen kann. Siebenundneunzig, ja. Wenn man sich das sieht, wenn man sich das anschaut, ganz ehrlich, das sieht noch frisch aus, ja? Ja. Gut, das jetzt nicht so, aber wenn man sich jetzt die Bohnen anschaut, oder was haben wir da? Erdbeeren, oder so was, ne? Aber wenn man sich jetzt die Bohnen anschaut, die sehen schon recht gut aus, ne? Ja. Wahnsinn, ne? Ja, interessant, ne? Was dann doch noch hier so alles liegt und steht. Gehen wir nochmal, wie das immer wieder Richtung Ausgang. Schmuckes kleines Häuschen. Hier ist eine Stiefel und hier eine schöne Couch. Na, wenn das mal schaut, wirklich, na, echt wie man versucht, das hier noch zu retten, weil hier eine Folie drüber ist. Und dann hat man es wahrscheinlich dann nicht mehr geschafft, oder es hat sich keiner gefunden, der sich um dieses, das, wie ich finde, eigentlich schönes Gebäude gekümmert hat, ne? Und wenn man sich nicht drum kümmert, wenn man keinen hat, der sich darum kümmert, dann sind diese Gebäude irgendwann mal, ja, nicht mehr da. Dann gibt es nur noch einen Trümmerhaufen, ja? Und dann ist alles, ja, weg, was von so einem Leben auch mal da war, ne? So die Erinnerungen. Ja, hier, da seht ihr, wovon ich spreche, wenn ich mal hier so rein filme, da ist natürlich alles runter, da ist das Dach eingestürzt. Auch hier ist nicht mehr viel zu sehen. Na, da hinten, das sieht doch gut aus, so ein altes Holzfass. Ja, ist also nicht mehr viel da. Ja, und dann würde ich sagen, das war's dann. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir, wie ich schon eben gesagt habe, wir machen jetzt noch ein paar Fotos. Die laden wir dann bei Facebook und bei Instagram hoch. Und wer Interesse hat, kann sich die gerne mal anschauen. Ja, wir würden uns auch über ein Abo freuen, wenn ihr mal ein Abo dalassen könnt. Daumen nach oben natürlich, wäre super. Kommentar, wenn ihr irgendwie einen Kommentar habt, gerne schreiben, ja? Wir anten uns auch auf jeden Kommentar. Wir freuen uns auch darauf. Und dann verabschieden wir uns. Bis demnächst. Ciao. Ciao.